Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab dem 1. Dezember zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 60 Quadratmetern. Die Pauscharmiete beläuft sich pro Monat auf 1.200 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Bis zum nächsten Mal.